Zum Creeper Ich hoffe der hat das nicht mitgekriegt Weil sonst ähm Wird der Herr sicher böse Was ist denn da? Ist das ein schwimmendes Schaf oder ist das irgendetwas anderes? Warum geht das denn da halb unter? Muss ich das verstehen? Okay, das dauert noch ein bisschen bis das Tag wird Das wird langweilig Ich muss irgendwas tun Achso, warte mal Noch eine Etage tiefer gehen zum Beispiel So, wenn ich die Melonen jetzt abernte Die wachsen wieder so komisch Was? Nö Warte mal, warum sieht denn das? Täuscht das gerade? Ja, betäuscht, ist alles gleich Okay So Die Frage ist nur, was machen wir denn jetzt? Ähm Können wir uns... Na komm Wir machen es jetzt einfach Wir machen es jetzt einfach Ich brauche einen neuen Helm Wir haben... Wir haben hier zufälligerweise keine ähm Kein Ding zum reparieren Ich könnte mir jetzt Eisenblöcke machen Aber dann reicht es wieder für einen vollständigen Amboss Noch reicht es für eine komplette Reparatur Das ist ja alles schon irgendwie blöd Ha Na gut Ähm Halt Hier haben wir doch noch... Achso, das Glück deswegen Ähm... 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 Ich bin aufgeschmissen Ich trau mich nicht im Dunkeln raus Oh, es wird hell Na, wenn das so ist Ups Wir müssen nämlich... Doch mal gucken, ne? Ganz spontan auf dem BWR gucken Guck mal, da oben ist Kohle Aber wir sind jetzt nicht wegen der Kohle hier Nein, nein, nein Wir wollen... Kürbis Wir suchen Kürbisse Oder zumindest einen Ich weiß, wie man euch züchtet Mir reicht einer Nein Ich bin zu blöd Oh Gott Aber groß Kürbisse züchten können Wollen Wenigstens Ah, Gott Komm nicht mal einen Berg hoch, aber Kürbisse züchten wollen Das ist ja... So Da ist scheinbar sowas wie eine Höhle Oh, ich hoffe, dass hier irgendwo was in der Nähe ist Also hier vorne schon mal nicht Aber hier gibt es jede Menge Kohle Das ist gut Die ist jetzt aber erstmal zweitrangig Wir merken uns nur... Da oben ist Kürbis Ha Da ist ein Kürbis Ich hab ihn gesehen Haha Lass mich hoch, lass mich hoch Du willst mich mobben? Ich mobbe zurück Nimm das Lass mich hoch Da ist ein Kürbis Es ist tatsächlich nur einer Ich brauch nur eine, ich weiß wie man die züchtet Dankeschön Ne Ich dachte, da ist noch einer Danke, dass ihr das so wortwörtlich nehmt, ihr Experten Ich weiß zwar wie man die züchtet, aber was ist denn da eigentlich? Sumpfgebiet Jetzt wo wir hier schon mal die Aussicht haben, ne? Alter, Falter Naja, zum Glück sieht man mein Haus, äh, kaum Und es hat nicht mein Dach Alter, das ist... Ah, gut Gar nicht übertrieben Gott sei Dank, ich dachte schon Da hab ich ja alles richtig gemacht, als ich sagte, ich will ein ganz kleines Haus nur bauen Ganz schlichtes Bin ich ja froh, dass wir das geschafft haben Das darf man noch keinem erzählen So, Kohle ist uns sehr wichtig, wir haben gemerkt, wir werden Fackeln brauchen Auch wenn wir nochmal demnächst in die Höhle gehen wollen Ähm, shit, 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 schnell, schnell, schnell Ich weiß nicht, was hier ist, falls hier was ist Und ich hab auch kein Interesse daran, es rauszufinden Wenn man mal achtlos ist, so Ah, okay Ich wette, hier ist auch schon wieder sowas Ich bin jetzt vorsichtig, ich krieche hier jetzt nur noch lang So Ah, es ist schön, wir haben Kohle, wir haben endlich einen Kürbis Ja Die Melonen können uns jetzt also bald gar nichts mehr Es ist alles so wunderschön Oh, ich liebe es, wenn von Kohle manchmal zwei und mehr rauskommen Ich liebe Glücksspitzhacken So Leider hält sie nicht mehr lange Und unser schöner Zaubertisch, der ist leider in der alten Bude Und dieser ausziehbare Tischdingens ist nervig Oh, das ist ein Enderman Ich glaube, der will, dass wir ihn angucken Der ist nämlich gerade so komisch teleportiert Der war erst ganz woanders, dann war er schon fast wieder kurz vor uns Hier sind ganz viele Schweine Und ein Zombie Hier ist immer noch mehr Kohle, wie viel haben wir denn gerade schon? Oh, das sieht auf jeden Fall gut aus Vielleicht ist der Enderman auch nur so komisch drauf, weil wir seine Kohle klauen Enderman und Kohle haben die gleiche Farbe Verbindet wahrscheinlich Enderman und Kohle gleich Geschwister? Fragezeichen Ob das ein Titelwert wäre? Nein, bloß nicht Das darf man keinem erzählen Sonst verliere ich meinen guten Ruf, den ich nicht habe, weil ich keinen Ruf habe Ist ja auch egal Oh, was ist denn da ein Enderman? Warum sind da? Warum ist hier ein Enderman? Ich meine, er kann ja sein, wo er will, ne? Außer bei mir Boah! Hat der... Alter, hat der mich erschreckt Alter! Scheiße! Der spinnt doch wohl! Alter! Das ist mit dem nicht in Ordnung! Alter! Ich glaube, der hat das gehört mit der Kohle und seinem Bruder Fragezeichen Komm, wir verziehen uns hier Scheiße! Der will mich rumbringen Eiskalt! Aber nicht so wie sonst Auf meine fiktive Figur hier einschlagen Nein! Einfach mal der Hauptperson dahinter Schönen Herzinfarkt verpassen So ein linkes, mieses Ding Ich glaube es ja nicht So, aber Kohle hat sich doch gelohnt Kürbis haben wir auch Den haben wir jetzt, den haben wir jetzt So, und den lasse ich mir jetzt auch erstmal nicht wegnehmen Der Enderman folgt uns nicht, gut Kann ja sein Dass er sich mit dem Vergleich Kohle Sein Bruder, Schwester, was auch immer So beleidigt fühlt, dass er uns folgt Und haut uns aber nicht Der haut uns nicht, weil er genau weiß Wir haben ihn nicht angeguckt Er haut uns erst, wenn wir ihn angucken Also ins Gesicht, in die Augen So, ähm Was wollte ich jetzt? Ach ja Oh, vier Stück geben die gleich Das ist gut Achso Wollen wir die hingepackt? Da haben wir sie hingepackt Ja, dann kümmern wir uns halt Um unsere Köbisse So, wir brauchen jetzt das Das tauscht mit Und Dem So, okay Und dann Zack und zack Und dann So Ja Die Melonen hier, die können jetzt erstmal noch bleiben Die hier können wir schon wieder abernten Weil da ist ja jetzt was Da kann nichts mehr wachsen Das heißt, ihr könnt mit Kommen So Okay, die wachsen jetzt nur noch hier die vier Na Ja Dort wird mit der Zeit besser Okay Wir haben es mittlerweile 23.14 Uhr Und ein Kommentar Und ein Kommentar Keiner, du Idiot Ich weiß nicht Keiner, du Idiot Auf was ist das bezogen? Marvin LP Marvin LP 1909 Keiner, du Idiot Ja, das ist das Problem, dass ich den Chat nicht verfolge Also nicht so Sehe Sonst wüsste ich auch auf was das bezogen war Oh Mann So, was wollte ich denn jetzt Ach hier Ähm Ah, ich muss die Kisten irgendwie sortieren Ich weiß nicht Düm, düm, düm So, ähm Ähm Was wollte ich jetzt machen? Achja, weil es da schon so spät ist Aufhören Hehe, ich muss ja noch ändern Und schneiden und so einen Scheiß Mh Aber das würde ich ungern hier unten machen Wir können ja mal So Keine Spinne hier Keine Spinne hier Okay Gut, dann gucken wir unser Werk mal an Obwohl das wahrscheinlich mit der letzten Folge 0 zu tun hat, oder? Ach egal Wir stellen uns einfach hier hin So Und gucken wir unser Werk an Ich werde hier jetzt, äh, die Aufnahme beziehungsweise den Stream beenden Und die Aufnahme Und sage tschau, bis zum nächsten Mal Tschüss